Auf geht's zur batterielosen Klingel. Ich konnte mir es bis dato noch nicht vorstellen, aber so ist er angekommen. Modell K0909WB. Ich habe das ganze Ding bestellt in weiß-blau. Es kommt daher mit zwei Empfänger und einem Sender. Und wir schauen uns das ganze natürlich auch an. So. Ich bin ja echt mal gespannt. Ihr wisst ja, ich sitze hier unten im Keller und mache da dann die Bewertungen. Und ja, schauen wir das ganze jetzt hier mal so an, was da herkommt. Ihr habt hier einen Empfänger, den steckt ihr in die Steckdose. Also ist es schon erklärlich, warum man hierfür keine Batterien benötigt. Hier haben wir den Taster. Auch hier machen wir die Folie ab, wenn es denn geht. Und wir haben hier unten einen zweiten Tür-Klingel-Empfänger. Und wir haben hier die Bedienungsanleitung. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich Strom. Und den holen wir uns hier her. Und stecken hier die Tür-Klingel rein. So, dann schauen wir mal. Ich schaue mir das hier mal an. Ob wir hier irgendwo einen Einschalter haben. Sieht nicht so aus. Und ihr seht, das Ding funktioniert. Das ist der Hit. Und es soll hier wirklich keine Batterie drin sein. Ja, ich kriege es auch nicht auf. Aber da ist keine Batterie drin. Ich habe da nichts rein gemacht. Es gibt verschiedene Klingeltöne. Ja, ich kriege es auch nicht auf. Und der nächste. Und der nächste. Ja, jetzt für Weihnachten. Ja, ich kriege es auch nicht auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020